Das hat anschein... Ne, das hat noch nicht gezählt, oder? Doch. Merkwürdig. Vorsicht! Ich wollte schon so ein Fliegsfest gegen die Brücke. Ich sauf mal Austin Powers-Style. Ich komm mir nicht weg. Ich komm mir nicht weg. Ich komm mir nicht weg. Ernsthaft. Ich komm mir nicht weg, nein. Ernsthaft. Dann schieß ich mal auf den Baum vor uns und hoff, dass wir irgendwann hochgehen. Anders geht's ja nicht. Ich glaube nicht, dass das klappt. Doch. Hast du Schaden? Keine Ahnung. Sieht nicht danach aus. Ne, da krieg ich nichts. Ich zieh nach oben und dann schießt's zur Brücke, okay. Haben wir jetzt wirklich den einen Spot gefunden, wo wir hängen können? Warte, 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 warte. Ich glaube, ich hab's... Ach, Mann. Stell dir mal vor, das Spiel würde erkennen, dass das so ein Fail ist und würde das dann im Abspann vom DLC noch als Outtake zeigen. Aber, das ist doch wirklich schon verrückt. Was ist das so ein Mal? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht.